Wir schauen in die Showwelt, denn zum 30-jährigen Spice Girls Jubiläum gibt es jetzt sogar Briefmarken von ihnen zu kaufen. Als Erinnerung an die Gründung der legendären Girl Group aus England hat die Britische Post eine Sonderedition herausgebracht. Die zehn Motive zeigen nicht nur gemeinsame Auftritte der Band. Die Musikerinnen Emma Bunton, Victoria Beckham, Gary Halliwell-Horner, Melanie Chisholm und Melanie Brown, genannt Mel B, sind auch einzeln abgebildet mit ihren Songs wie Wannabe und Spice Up Your Life hatte die Kultgruppe der 90er Jahre Musikgeschichte geschrieben. Untertitelung des ZDF, 2020